hat es geklappt das hat geklappt hallo es hat geklappt so zu kervils wohnung ja ja hier um noch ein bisschen jetzt bin ich sogar unsichtbar kann auch mit den leuten reden lässt sich da sogar noch ein bisschen gewinne raus bla bla ich gehe durchsichtig und sich mal durch die wohnung durch anderwald und verkaufe meine sache was kann ich für sie tun wenn ich sie aufkaufen so hier zehn millimeter schluss habe ich hoffe ich und du kannst hier das trennmesser das normale messer geben sie mir danke danke ja ja natürlich also ein trauriger anblick holen sie sich einen stuhl und spenden sie ein paar kronkorken onkel als rukal ist ganz ohr ja zu unserem kleinen geschäft gretas tod wie versprochen tja anscheinend hat dieses arrangement für uns beide gut funktioniert mit dem extra gewinn den ich durch gretas kunden einstreiche kann ich für charon einen ersatz anheuern und habe immer noch genug für mich dann stehe ich zu meinem wort und gebe charons vertrag ab er hat jetzt einen neuen arbeitgeber herzlichen glückwunsch ich lasse ihnen die irre total werden ihn persönlich zu informieren aha so haben sie noch nicht genug was darf es denn sein doch so zweiter alles weiteres ach so ja ihr eifte genau gut das rad ist sogar aus ach hier bin ich oh nein nicht so was du gehörst mir langsam leute ich habe gute nachrichten ich bin euer neuer arbeitgeber ich bin kein leib eigener wenn sie mein neuer auftraggeber sind werde ich für sie arbeiten aber zuerst muss ich etwas erledigen warten sie hier ja leib eigener das ist mein leib eigener also ehrlich mir wurde gesagt dass ich nicht länger in ihrem dienst stehe ach du meine güte oh also schön gehen wir was zur hölle war das denn jetzt also gal war ein übler mistkerl solange er meinen vertrag hatte war ich durch meine ehren seine befehle gebunden jetzt sind sie mein auftraggeber ich wurde befreit um die welt von der ekelhaften ratte zu erlösen ob für gut oder böse ich diene ihnen danke oh mein gott er hat azokal erschossen einfach so äh chinesische pistole lagerstelle ist nein zucker es hat einen guten grund dass es abgeschlossen ist ja also keine dummen ideen mhm oh oh mhm ja nehm ich mit nehm ich mit nehm ich mit 5 minuspunkte 5 minuspunkte ja dieser out gefällt mir gar nicht hier schon ähm reden wir du bist gefeiert warum sollte ich äh wir sollten unsere ausrüstung tauschen reden wir mal über die taktik gibt es ein problem mit dem was ich tue ich möchte mal dass du deinen kampfstil änderst welcher stil wäre ihrer meinung nach der beste guter umgang mit den fernen waffen weiter so die leistung erwarten sie ja auch von mir reden wir etwas anderes äh weiter taktik abstand zwischen uns beiden gibt es etwas das ich ändern soll äh gut so der abstand passt ich bin zufrieden wenn sie zufrieden sind okay äh was anderes ähm ausrüstung tauschen alles klar uh irgendwas neues nö und let's go and i shall follow mein so mhm gott was hat azokal getan so schön ja ich habe einen begleiter das ist doch gut wir sind jetzt auch mal meine aufgabe gewesen bei wily's rangers ach ja ich musste zum statesman hunde genau genau jetzt habe ich ja meinen begleiter das ist schön eine neue era hat begonnen oh naja gut ähm wie sieht's aus tourist gar nicht bis zum mal genau ähm wo wollte ich jetzt hin ach ja genau äh ich folge immer diesen weg also sage ich über die u-bahn genau das geht das geht nein was hat denn der für eine waffe man bleibt doch ohne kampf lente schick schick wir sehen ah wie sch... so fängt's an super so lange kämpst du an solchen naja ähm ja hier so sch... erschießt mein gegner kampf lente aha schrutt lente aha gut kann ich reparieren finde ich gut ähm oh naja ja wie viel gewicht habe ich geht noch muss ich nicht erst zu ohr schinken bringen die sachen klättentür auf der teintel etwas sherry bomb wie viel bringt der eine mehr mhm zucker bombenlauf ach komm ich glaube das nutze ich nicht aber das lohnt hier ist es nicht sicher hier ist es nicht sicher ja ich weiß so schleich noch eins erhöht oh ja ja ähm häh 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 schießt du auch mal naja wie kriegen wir oh hab ich nicht gesehen danke ach schau an wo was musst du aber nicht mit naja egal der wird's wohl haben schön schön hm mhm was ist denn das a way da ach ja wie schön da lag doch einer auf dem Boden ja aber wie jetzt woher ja oh nein oh nein äh stimmt doch einfach mal genau gut so ähm 10 mm maschinenpistole krunk krunk munition und auch hilfebräuer aus dem pack wie tötest du äh äh hast du auf die treppe geschossen wer war denn hier wer ach so äh ja köpfe gebrauchen könnte ich meine Jagd für die Treppe immer wieder ist schön so mhm und weiter geht's ok ähm ich hab das gefühl in solchen es sind oft Splittermin ok falsche richtung auch scheiße ah einfach nix machen ok äh von einem Gleisnägel brauche ich nicht das könnte ich gebrauchen so hier Jet immer mitnehmen ist immer gut zumindest bringt es keinen Nachteil ja äh falsche richtung oder zum maul ach da war ich doch schon mal äh zum maul ja Washington Monument ok äh dann war das andere richtung da musste ich über die Schienen wohl soll mich nicht stören gibt's nur umso mehr Sachen die ich hier aussammeln kann Museum Station huch Energiezellen ne das waren die die ich nicht brauche Munitionsküssen leicht ja das sehe ich komm schon das soll sich wie nix lohnen Schrotpatron ja ok ein ganz kleines bisschen hat es gelungen was war es eigentlich nicht wert aber besser als gar nix ähm so ähm wo geht's denn hier richtig lang kann ich da entlang muss ich wohl achso das war schon hell hm hm du bist ja genau ähm kopf verkoppelt Standardzustand Wer공 was haben die hier alle so